Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wir brauchen eine Initialzündung für Real World Assets, damit wir Profits generieren, damit wir erfolgreich da rausgehen. Und eine Sache muss ich dazu sagen, ich würde meine Hand dafür ins Feuer halten, dass ihr jetzt die Ersten seid, die genau diese Information hören. Deswegen lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn das auch so der Fall sein sollte. Was könnte eurer Meinung nach eine Initialzündung für Real World Assets darstellen? Ich meine, viele sind hier gerade investiert und viele wissen, das Ding wird durch die Decke gehen. Real World Assets wird auch in den kommenden Bullenmarkt einen hohen Stellwert einnehmen. Genauso wie KI, genauso wie Depen wird Real World Assets auch sein Stück dazu beitragen, um in diesem Hype viele Leute reich zu machen. Das wollen wir auch. Wir wissen mittlerweile, ja, Real World Assets, das wird kommen. Wir wissen aber nicht, wann das so weit kommen wird. Ich meine, wir könnten uns ja schon natürlich auch frühzeitig einkaufen, hier und da ein paar Positionen eröffnen, hier und da mal ein paar Trades setzen und hier und da mal ein Zweierhebel, Dreierhebel long gehen, damit wenig Risiko. Aber ich meine, es kann auch sein, dass Real World Assets gerade noch nicht, überhaupt gar nicht im Munde ist und die einzelnen Positionen dann abkacken und wir dann da stehen und denken, wie dumm waren wir eigentlich. Wir wissen, das Ding wird kommen. Wir wissen aber nicht, wann. Aber was wir sagen können ist, es braucht eine Initialzündung. Es braucht eine Initialzündung, sodass jeder über Ralu Network spricht. Es braucht eine Initialzündung, sodass jeder über Soil spricht. Und natürlich brauchen wir was, wo auch der Cash Tag Credi über Twitter hochgelobt wird und viele Projekte genau Credify und so weiter meinen. Doch wie könnte so eine Initialzündung überhaupt ausschauen? Ich meine, manchmal ist so eine Initialzündung, es kommt unverhofft. Zum Beispiel wie ein Larry Fink, der dann sagt, hey, wir wollen tokenisieren, wir nutzen Ethereum als Blockchain oder mal so ganz random, off-topic Themen, die dann mit Real World Assets so ein bisschen in Verbindung gebracht werden. Aber ich glaube, ich glaube, ich habe da was gefunden, was durchaus als Initialzündung gelten könnte, sodass wir auch frühzeitig sagen können, hey, das ist jetzt der Punkt, wo Real World Assets in aller Munde sein wird. Ich meine ja nur, wenn wir uns ja diese beiden Projekte, wenn wir viele Projekte anschauen, kann es auch eine Kooperation mit einem Initialzündung zu tun haben, sodass die Ethereum Foundation zum Beispiel mit dem und dem kooperiert, könnte auch eine Initialzündung sein. Doch wenn wir uns die einzelnen Projekte mal anschauen, gibt es einen, einen Kandidaten, der durchaus das Zeug haben könnte, eine Initialzündung darzustellen. Was wäre denn, was wäre denn, wenn ich euch sage, dass Bitcoin mit Real World Assets zu tun haben könnte? Wäre eine super Sache. Der Markt würde durchdrehen, ganz klar. Das wäre eine Initialzündung. Was wäre, wenn ich euch sage, dass Ethereum, die Ethereum Foundation zum Beispiel, mit einem Projekt im Bereich Real World Assets zusammenarbeiten möchte, das Thema Tokenisierung auch auf Ethereum abbilden möchte und sie daran arbeiten. Das wäre auch eine Initialzündung. Ey, der Markt würde durchdrehen, wenn Vitalik himself genau das verkünden würde. Was wäre, wenn Tether zum Beispiel eine Tokenisierungsplattform aufbauen würde? Würde der Markt nicht durchdrehen? Natürlich, der Markt würde durchdrehen. Darf ich euch vorstellen, das ist Paolo Adiono. Er ist der CEO von Tether, den sollten wir kennen. Er ist der CTO von Bitfinex und er hat gestern einen Tweet veröffentlicht. Und dieser Tweet, der ist wie eine Atombombe, denn mittlerweile redet gar keiner darüber. Ich weiß auch nicht warum, weil das eigentlich die größte Nachricht für Real World Assets überhaupt darstellt. Denn sie wollen oder Paolo hat folgendes gestern getwittert, dass sie die Tokenisierungsplattform von Tether bald für alle verfügbar sein werden. Ein Meisterstück vollständig, mehrfach Chains abbildbar, mehrere Anlagenklassen, super anpassbar. Und das Ganze wird natürlich, tokenisieren sie alles von Anleihen, Aktien, Fonds bis hinüber zu Kfés und Bonuspunkten. Ein White Label unserer Technologie, das USDT auch mit unterstützt. Und das ist eine riesen, riesen Sache. Ich muss euch sagen, als ich diesen Tweet gestern gelesen habe, war das schon eine wahnsinnige Nummer. Und für mich selber auch echt ein großer Schock, denn wenn die Tokenisierungsplattform so wie sie ist, auf den Markt kommt und das Thema der Tokenisierung über oder via USDT Tether abgewickelt werden könnte, dann ist genau das unsere Initialzündung, den wir jetzt brauchen. Gut, spinnen wir das mal ein bisschen weiter. Gut, die Tokenisierungsplattform ist raus. Tokenisierung auf USDT läuft hervorragend. Über viele Chains hinweg kann man alles und jenes tokenisieren. Jeder nutzt es und jeder berichtet über Crypto-Twitter darüber. Und auch viele Magazine schreiben darüber einen Beitrag, ob es jetzt Crypto-Briefing, Blah, Big Easy Echo und so weiter. Jeder redet gerade darüber. Und das ist für mich dann eine Initialzündung, der gebraucht wird, um auch Real-World-Assets als Kategorie auch in aller Munde zu bringen. Weil was passiert, wenn die Leute über Real-World-Assets, speziell über USDT Tether sprechen? Natürlich werden sie auch über Ondo Finance sprechen. Sie werden über Raylio Network sprechen. Dann da wird natürlich der Bedarf der Layer-1-Blockchains, der Interoperabilität auch ein großes werden. Dann wird Raylio Network mit hineingezogen. Und jeder sagt, ey, wir haben es halt immer gewusst und immer gesagt, Ondo Finance, MakerDAO, sie werden bänger News nacheinander rausbringen. Denn das ist das, was tatsächlich der Bullenmarkt eines Narratives in sich hat. Denn die Nachrichten können so klein wie möglich sein. Aber befindet man sich in dieser Narrativen-Season, in der High-Season, ich rede jetzt nicht vom Bullenmarkt, sondern wo genau dieses Narrativ aufgeht, dann ist jede kleinste Information, Veröffentlichung mega groß, sodass viel Kapital reinfließt. Und genau das wird nämlich auch der Fall sein. Wir werden sehen, dass viel TVL da reinfließt. Ich meine ja nur, ja, USDT Tether ist jetzt nichts Kleines auf dem Markt. Die sind riesig. Sie, ich habe mal irgendwann mal einen Beitrag gelesen, sie verdienen, glaube ich, mehrere Millionen Milliarden Dollar. Net Asset, alles mit rausgerechnet und der wahre Gewinn. Und das ist erstaunlich für so ein Unternehmen mit so einer Technologie. Und gut, man kann darüber streiten, ja, Stablecoins hin oder her, das Ding ist halt da. Wir müssen da in einer friedlichen Koexistenz hinübergehen und das Ding so akzeptieren, wie es ist. Können es nicht verbannen. Das haben wir schon häufiger versucht. Und ja, dann liegt es halt in einer friedlichen Koexistenz mit uns. Aber das wird die Zeit oder der Zeitpunkt dann auch darstellen, wo auch Real World Asset als Narrativ so weit aufgehen wird, wo viele, viele Leute auch gute, gute Gewinne machen werden. Wir haben in der Vergangenheit häufiger Initialzündungen gehabt. Viele haben es wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Aber bei KI hätten wir nicht dieses Narrativ so stark erlebt, wenn es ChatGBT nicht geben würde. Weil das war tatsächlich der Grund, warum viele, viele auf KI aufgesprungen sind. Weil sie gesagt haben, das ist der nächste große Scheiß. Und wir haben auch in der Vergangenheit häufiger Initialzündungen gehabt, die verantwortlich dafür waren, so ein bisschen dieses Narrativ ins rechte Licht zu rücken und die Leute so ein bisschen aufmerksam zu machen, dass da gerade was Interessantes ist. Und letztlich, wenn das einmal in Fahrt kommt, dann ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil einfach viele Leute im Hinterkopf diesen KI-Narrativ haben werden und sich selber sagen werden, ich will das Ding nicht verpassen. Und ja, bei Real-World-Assets wird es eine große Wertschöpfung mit sich bringen. Ich glaube, dass viele Leute, und das ist jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung, Freunde, ich glaube, dass Real-World-Assets besser verstanden werden kann als KI. Denn bei KI war das ja immer der Fall, dass die Leute es nicht so richtig verstanden haben. Es hieß einfach nur, ja, wir sind KI. Aber wenn man tiefer in die einzelnen Open-Source-Protokolle, wie auch immer, geschaut hat, dann hat man einfach gemerkt, da ist nix KI dabei. Ja, die Datenbanken sind alle zentralisiert. Es gibt keinen Algorithmus, der selbstständig lernt oder irgendwelche selbstständigen Aussagen trifft, denn es war einfach nur ein Bot. Mehr nicht. Und da war nix an KI dabei. Und bei Real-World-Assets würde ich tatsächlich eher behaupten, dass die Leute es ein bisschen besser verstehen können, weil das Grundprinzip ist ja die Migration von physischen Assets hinüber zur Blockchain und zurück. Und wenn das nicht gewährleistet ist, es ist kein Real-World-Assets. Deswegen glaube ich, dass die Leute es besser verstehen würden. Aber ich kann mich auch irren. Das nur mal an dieser Stelle. Was sagst du dazu? Deine Meinung gehört in die Kommentare. Dein Like gehört hier, dieses Video, wenn dir das Video weitergeholfen hat. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag da draußen. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. jetzt mal.